Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr das angeklickt habt. Heute werde ich euch zeigen, wie man Greg Heffley zeichnet. Also, fangen wir mal an. Zuerst macht man da einen Kreis so. So, warte. So. So, Alter. Man sieht es glaubbar bei der Kamera nicht so gut oder so. So, als nächstes zeichnet man die Nase. Dann die Augen. Und die Haare. Und der Mund. So weiter geht's. Und das Ohr. So, wir haben jetzt gerade das Gesicht von Greg Heffley gezeichnet. Also, und. Ja, so. Also, jetzt zeichnen wir den Körper. Den zeichnen wir so. Und da, so ein Ärmel für ein T-Shirt. So. 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 Also ich tue da etwas Spezielles von dem Bein oder sowas ich jetzt gerade zeichne, so die Schuhe und ja die Schuhe sind ja komisch, aber das hier werden wir noch schwarz machen und so jetzt werde ich mir jetzt Karte mit Marker übermalen. Und das hier ist Greg Heffley. So, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!